Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Heute zeige ich dir, wie du Python ganz einfach und schnell installieren kannst. Dafür gibst du hier einfach Python ein. Dann kommst du hier schon auf python.org und klickst einfach auf den Link. Dann klickst du hier auf Downloads und dann erscheint hier schon der Button Download Python, in dem Fall 3.9.7 und du klickst einfach drauf. Dann wird hier auch schon die Excel runtergeladen. Je nachdem, wo die sozusagen sich befindet, öffnest du sie einfach. Dann öffnet sich hier auch schon dieses Installationsfeld, worauf du hier bei dem Add Python 3.9 den Haken setzen musst. Den Haken da drüber, den lässt du einfach. Dann klickst du einfach auf Installieren und es erscheint die Admin Abfrage. Deshalb ist gerade der Bildschirm bei mir schwarz geworden. Du musst dann einfach auf Bestätigen klicken. Dann installiert sich Python auch schon automatisch und gleich nachdem diese Installation hier vollendet ist, ist Python schon installiert. Das dauert in der Regel nicht wirklich lange, deshalb können wir das auch einfach hier noch kurz uns anschauen. Und dann ist es auch schon fertig und hier steht Setup was Successful. Dementsprechend können wir das schließen. Jetzt wollen wir noch schauen, ob Python wirklich installiert ist. Dafür drücken wir die Windows-Taste und R. Dann öffnet sich hier dieses Ausführenprogramm. Dann tragen wir hier CMD ein und bestätigen das mit OK. Bei mir steht es halt schon. So, dann öffnet sich hier das Terminal und hier musst du einfach nur Python, Leerzeichen, Minus und ein großes V eintragen und mit Enter bestätigen. Und siehst auch schon, welche Python-Version bei dir installiert ist. In dem Fall Python 3.9.7. Du kannst natürlich auch schon vor der Installation checken, ob Python bei dir installiert ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.